moin moin und willkommen zurück da bin ich wieder von meinem training 13 habe ich die alle gebracht mir jetzt gerade auf dem weg zur höhle gehören wie wir am anfang gesehen hatten auf dem weg zur nächsten stadt und jetzt möchte ich da mal rein gehen mal gucken tojas höhle wo ist das eine geile musik wiesen t c ls f b drückt und seht was dahinter steckt muss man rückwärts liest drückt b knopf select ein zauber der erkenntnis der den horizont erweitert so ok was ist das meine augen ich kann nichts sehen woher mein kristall auge bin ich völlig blind es muss mir gestohlen wollen sein beim satans kraut aber von wem bloß ach so ja erst mal klauen portion antidote und a potion nacht erstmal bettchen schlafen ja drückt b knopf select und sieht was dahinter steckt dann hier ist alles anklicken immer gucken was drin ist also b und select funktioniert aber nicht wir können gucken was ist denn b knopf passt und select das ist ja cool ach ne karte aha dankeschön aufenthaltsort ist da oh das ist ja geil so können wir uns bewegen yeah interessant stark boah die welt sieht ja geil aus da sind wir wieder na gut cool die eine vermisst ihr kristall auge muss ich das mal searchen oder was naja seht schon das ist keine herausforderung mehr die truppe macht gewaltig schaden bis auf die zwei da aber wenn jemand mit ihren zaubern drauf prügeln ist das auch sehr gut so vier hits okay ich möchte mit dem schiff reisen ich weiß aber noch nicht wohin das hat man mir ja auch noch nicht gesagt das heißt also ich fahr jetzt mal blind links hier durch die welt mag das nicht ich brauche kontrolle ich muss man muss mir doch sagen wo ich hin muss ein wolf ein wolf was ein witz mein schiffchen mein schiff nicht euer schiff die goblins wollten es klauen genau wir sehen so wie ist die eigentlich lang da kommen wir drunter her ich fahr mal ein bisschen rum das ist die anfangsstadt was gibt es denn hier so ach guck mal hier sind wir auf der anderen seite ah was haben wir hier okay die scheinen alle noch auf demselben niveau zu sein dann schaue ich mich doch hier einmal um wiu blockt sehr gut ab mit der zeit also der hat echt nice werte ist natürlich unser kämpfer unser tank in dem fall kann aber auch ordentlich reinhauen ja jawoll Antidote cool aber ich geh mal hier lang wie gesagt ich hab nicht weiter gespielt ich hab nur da trainiert ähm ähm wo ich auch oh wacke mach wo ich auch gewesen bin da wollen wir mal schauen was es hier so bringt ich mag den zaubergebach dem ogre machen wir wenig schaden zumindest fina und ich die matze da kommt nicht viel zusammen yeah ich will da unten lang ist hier gar nichts traurig oh lord den juckt das gar nicht dass er mit dem hammer eine draufkriegt oh mach mal vita dann halt nicht dann oh oh toll scheiß Hinterhalt dann will ich auch mitspielen hier erst mal heile heile er ist tot und blitz kommt gar nicht zu schon weg da geht es nicht weiter ist auch nix was ist das für ein quatsch müssen wir mal besser gucken gut zugegeben in letzter zeit ouch 138 ich erwarte schön und weg magie rita hier ist auch nix gut ist auf der seite ist mir irgendwas auf der karte ja moment hier ist irgendwas da ist was da geht es hier sogar runter da kommt man einmal theoretisch rum was haben wir denn da unten kobra hört auch nicht viel aus wir können wahrscheinlich vergiften oder boah ha ha anders vorteil jetzt wollen wir doch mal sehen ein feuer ja jawoll tarantel wahrscheinlich feuer ganz nützlich Ah, wir halten einiges aus. Ah, vergiftet. Das war abzusehen. Oh, Levelaufstieg. Okay. HP um 29 hoch. Cool. HP um 28. Nice. Stärke Glück. Und HP 25, MP 16. HP 22 19, Intelligenz. Cool. Immer noch vergiftet. Tada. Läu. Okay, immer noch mehr Wölfe. Das zeigt mir eigentlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Denn wenn die Gegner nicht allzu stark sind wie jetzt die Wölfe, sollte es doch eigentlich ein netter Übergang sein. Läu. Läu. Es hat nur eine Höhle. Ich dachte, das wäre eine Stadt. Shit. Wollte eigentlich eine Höhle, eine Stadt haben. Wollte. Oh, die Würmer sind ja kein Problem mehr. Ach, Magie. Mach mal richtig. Aufheilen. Zwergenhöhle. Guck mal. Guck mal. Seid doch nett, oder? Bin auf der Suche nach dem Levitanit. Das heißt, der Stein könne fliegen. Aha. Der Dunkel-Elf Astors. 575 Geld. 550 Geld. Dankeschön. Erstmal bedienen hier. Niemand weiß, ob es stimmt, doch vor langer Zeit hat man das Schwarzpulver in den Schatzkammern des Schlosses versteckt. Ja, wenn ich den Zauberschlüssel hätte, wüsste ich das. Woher das Krachen kommt? Das ist Opa Nerik, der hinter dem Dorf Gestein zertrümmert. Armreif und Ringe eignen sich genauso gut zur Abwehr wie normale Rüstung. Woher das Krachen kommt? Cheerio. Blindete Kristall-Auge, da waren wir ja schon. Oh, da scheint der Schmied zu sein. Smith. Ha. Ich will verflucht sein, wenn ich aus dem legendären Metall-Adamantite nicht etwas, nicht ein besonders legendärisches Schwert spielen kann. Aha. Die stumpfen Klingen ist euch nicht geholfen. Das ist nur Probeanfertigung. Ah. Wo geht's hier lang? Merik, verflixte nochmal dieser Granitfels, das hätte als mein eigener Dickschädel. Hätte ich nur etwas Schwarzpulver, dann ist der Meereskanal im Nu fertig gebaut. Okay, der will Schwarzpulver haben. Wir haben einen Zauberschlüssel. Ha. Sollte man sich mal merken. Der Astors hat das Kristallauge von der Frau geklaut und die brauchen Schwarzpulver. Sicherheit verbindet sich die Quest hier. Oh Schreck, es hat begonnen. Die Erde beginnt vom Westen an zu faulen. Okay, also Interessantes gibt's hier, haben wir jetzt gekriegt. Tipps? 10 10 10 10 12 14 15 15 Vielen Dank.